Hey, ich glaube, wenn die Leute jetzt abonnieren, dann kommen wir näher ran. Wenn jetzt alle gleichzeitig abonnieren, sind wir jetzt da, glaube ich. Das Schlimme ist, es gibt wirklich YouTuber, die machen so Videos und das klappt halt, ne? Leute, ein Abo und ein Like und ich setze die Mütze richtig auf. Leute, bei einer Million Zuschauer rasiere ich mir eine Glatze. Ja, noch acht Zuschauer, dann gibt es eine Glatze-Chat. Also, dann schalte ich auf jeden Fall ein, der hilft nicht bei dir. Sechseinhalbstunden später. Ihr müsst jetzt alle auf den Kanal gehen und ihn abonnieren. Warte, hat er zugestimmt oder? Ja, ja, 80.000 Abonnenten. Ich will hier 80.000 Abonnenten sehen. 80.000 Abonnenten, der schneidet sich hier onstream die Haare. Wenn nicht, fahr ich zu ihm nach Hause. Abonniert den Typen. Ja, nein, ja. Oh mein Gott. Ja, Leute, abonnieren. Bitte abonnieren. Meine Haare gehen blöd. Ja, das ist ein Gamer. Ja, ich hab grad geliehen, aber sowas. Nein! Schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach, Digga. Digga, das wird drei Jahre. Das kann dauern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er macht einfach. Oh mein Gott. Oh, Leute. Ich kann Rücke draus machen aus den Haaren, Alter. Ich kann nicht glauben, Bro. Zitter nicht. Oh mein Gott. Ganz kurzer Fun-Fact. Schau mal an. Mein Haar, das sieht aus wie davor und ich hab schon so viel abgeschnitten, Bro. Digga. Ich rieche durch die Mitte. Das wird drei Jahre dauern. Es ist aus wie Rihanna irgendwie, ne? Wie Rihanna. Wie Rihanna. Es ist so schwul, es ist aus wie Rihanna. Ich kann nicht glauben, Leute. Der Arme, der Jörg. Bro. Oh, Digga. Oh mein Gott. Deine Cam ist runter, Bro. Was ist? Leute, check David, das ist eine krasse Aktion, Bro. Er schneidet sich on-stream die Haare. Ey, Digga, das ist fresh, oh. Bro, das ist ein Anbieter. Ich komm nicht drauf klar. Ich komm nicht drauf klar. Alba Basketballspieler. Und das ist der krasseste Tag ever, Bro. Der Arme. Bro, das ist ein Anbieter. Ich komm nicht drauf klar, Leute. Und das ist der krasseste Tag ever, Bro. Der Arme, was. In den Kommentaren, hallo TikTok. Ey, ich kann nicht mehr, Leute. Das ist zu krank. Ey, das ist zu krank, Digga. Guckt euch das an. Bro, ich kann nicht. Ich würd die Haare im Wasserkorb packen und essen. Bro, der ganze Tisch ist mit Haaren voll. Ich hab kein Satz mehr auf dem Tisch. Ich kann es nicht glauben, Leute. Krass. Das Kabel ist zu kurz, Mann. Das ist dieser Rasiergeräusch, oder? Ach, ich kann es nicht glauben, Leute. Aber ich kann es nicht glauben, Leute. Oh mein Gott. Das Ding ist, meine Cam ist spiegelverkehrt. Der Bruder ist auf Karo gestanden. Wie ist der denn einfach aussieht? Schneid einfach. Einfach reinhalten. Ey, Bruder. Ich schreibe voll daneben, Alter. Ich schreibe voll daneben, Bro. Ey, ich kann nicht hier. Das sieht wirklich besser aus als vorher, Digga. Ey, das sieht aber echt besser aus als vorher, oder? Das sieht aber besser aus als vorher, oder? Ja, besser. Nein. Das ist richtig besser. Er muss vorne, Digga. Ey, Mann, du ticke. Das muss doch ordentlich gemacht werden. Übergang an der Seite. Dies, das Ananas. Das sieht geil aus. Geheimratsecken des Grauens, aber hier sieht man mal ordentlich sein Haarensatz. Das sieht gut aus. Ich finde es auch nicht schlecht, sage ich ehrlich, Leute. Ich bin zu hinten. Er sieht jetzt einfach nochmal drei Jahre jünger aus. So ein Ding ist das. Aber ich sage, der sieht besser aus als der Pudelkopf davor. Bro, ich sage, echt? Ich würde gar nicht sagen, dass der jünger aussieht. Also ich finde gar nicht, dass er jetzt auch nicht jünger aus. Aber ich sage, der sieht besser aus als der Pudelkopf davor. Leute, ganz kurzer Zwischenstand, Leute. Ich würde gar nicht sagen, dass der jünger aussieht. Also ich finde gar nicht, dass er jetzt auch nicht jünger aussieht. Boah, das ist so krank, Leute. Das ist der Zwischenstand. Das ist so krank. Du hast einen Boxer. Leute, supportet gerne Dave, Leute. Er hat durchgezogen. Leute, ich donate ihn einmal 200 Euro, okay? Digga, wir haben mal ganz kurz überreden, Bruder, wie viele Haare das sind, Bro. Bro, die waren eh, die waren eh, die hatten eh schon einen Spliss gehabt, oder wie das heißt, Bro. Jetzt können die gesund nachwachsen, Bro. Seid doch, ist doch froh. Jetzt wachsen die gesund nachwachsen. Oh mein Gott. Alter, Leute. Wer wäre für eine Versteigerung, Hand hoch? Ich hätte irgendwie gedacht, das sieht lustiger aus, aber ich finde, das sieht eigentlich voll cool aus. Wenn er die Haare echt gut macht, so mit, äh, mit, äh, Dings hier, Konturen und so rein, Bro, sieht das echt fresh aus, sag ich ehrlich, Leute. Ich sage euch ehrlich, ich kann es nicht glauben, was hier gerade passiert ist. Natürlich. Ich sage euch ehrlich, ich kann es nicht glauben. Sie sind einszychundheits Mandy, gen Applaus. Es geht auch beş. Ich kann es nicht glauben. Es ist ein bisschen oder nicht glauben, oder? Ich kann es nicht glauben.